Wie kann man besten Rock'n'Pop eigentlich empfangen? Klar, über normales Radio und UKW. Mittlerweile gibt's aber auch viele andere Möglichkeiten. Es ist mittlerweile der Klassiker und trotzdem werfen wir kurz einen Blick drauf auf unsere lokalen Streams auf rockland.de. Neu sind unsere Best-of-Rock-FM-Streams mit eigenen Streams zu den Giganten des Rock, den Mythen der Rockgeschichte, den Konzertkachern XXL oder auch neu und angesagt. Und natürlich gibt's auch in unserer neuen App ihre lokalen Streams, egal ob sie in Kaiserslautern, in Mainz, Bad Kreuznach oder Mannheim wohnen. Ja, wir kennen das alle. Wir liegen sonntags nachmittags relaxed mit einem Kaffee auf dem Sofa und haben noch nicht mal Bock aufzustehen und zum Radio zu gehen. Aber auch dafür gibt's ja mittlerweile bequeme Varianten. Alexa, spiel Rockland Radio. Rockland Radio von TuneIn Und jetzt kommen wir zu dem Highlight. Wir machen unsere neue App an und schließen unser Handy, zum Beispiel per Kabel, an den Fernseher an. Denn... Radio ist die Zukunft. Das beweist unser deutschlandweit einzigartiges Projekt Rockland TV. Dort gibt es neben dem Blick ins Studio auch Videos zu allen Musiktiteln. Jetzt gerade The Cure mit Lolle bei. Rockland Radio. Bester Rock'n'Pop. Bester Rock'n'Pop. Kabel Bester Rock'n'Pop. Bester Park'n'Pop. Kabel Kabel